Moin Leute und herzlich willkommen zu einer Runde Minecraft, äh, ja, irgendein Spielmodus, ich glaub das ist gerade, ach, Rage Mode, genau so hieß das, wer Rage Mode nicht kennt, man läuft rum und schießt Leute mit nem Bogen ab und wenn man die abgeschossen hat, dann sind die tot und man bekommt nen Punkt. Man kann die aber auch mit der Axt abwerfen, die ist nochmal ganz tricky, das kann ich euch mal zeigen. Die zieht den Gegner nämlich direkt 25% seiner bereits erzielten Kills ab, das heißt damit kann ich so praktisch die Kills von dem Gegner dezimieren und runtersetzen. Ist zwar übelst assig, wenn man das macht, aber heutzutage ist sowas mega gebräuchlich, auch in diesem Spiel und ihr merkt schon vielleicht, wenn ihr mal ein bisschen aufmerksamer schaut, in der Facecam, hui, mit nem Schwert kann ich übrigens auch messern, in Anführungsstrichen, ist ja ein Schwert, ne. Ihr seht vielleicht in der Facecam, ich seh ziemlich müde aus, das liegt tatsächlich daran, dass ich auch, äh, ja, eventuell sogar, oh, 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 ziemlich müde bin. Äh, ich bin heute etwas früh aufgestanden, deswegen ein bisschen Rücksicht bitte, dass ich heute vielleicht nicht ganz so wunderschön aussehe wie sonst immer, aber, ja, das krieg ich trotzdem hin, ich bin ja gut drauf und das ist ja das Wichtigste hier. So, ich habe heute ein wunderschönes Thema, deswegen habe ich mir auch diesen Spielmodus hier rausgesucht, weil das eben so ein Spielmodus ist, wo man einfach mal drüber labern kann, weil man braucht hier nicht groß nachdenken, man läuft einfach rum und axtet, Leute, und mehr ist es auch schon gar nicht. So, daher heute, ihr seht es schon natürlich lange in der, ah, jetzt hat der mich geaxtet, äh, ihr habt es schon lange im Titel gesehen, es geht darum, dass ich vielleicht mal streamen sollte. Und zwar sind YouTube-Streams ja weit verbreitet und ich muss dazu geben, ich habe in letzter Zeit ein paar kleine Test-Streams gemacht, um zu sehen, wie gut das bei mir funktioniert. Und zu meinem großen Erstaunen lief das mit meinem Internet doch recht gut. Also, es ist jetzt kein Full-HD, aber auf HD lässt sich das Ganze doch recht gut beschränken, in Anführungsstrichen, weil das halt wirklich nicht allzu beschränkt ist. Ja, also, es lässt sich auf jeden Fall, denke ich, mal schauen. Also, wenn ihr Lust habt, dann könnt ihr gerne mal schreiben, dass ihr Lust habt und dann weiß ich auch, hey, da werden auch ein paar Leute zuschauen. Und nicht, dass ich dann streame und, äh, ja, dann ist halt keiner da, das wäre ja mega peinlich, das habe ich auch keine große Lust drauf, müsst ihr wissen. Oh Gott, was machst du denn hier? Du kleiner Camper. Den hätte ich eigentlich vorhin sehen müssen, der hat sich da so ein bisschen angeschlichen. Ah, und das ist so ein Spammer, die mag ich auch überhaupt nicht. Ah, doofe Sache. Ich bin zweiter gerade, ihr seht es rechts an der Seite. Also, äh, acht Kills und ihr werdet es gleich sehen, noch zwei Kills und dann werde ich eine kleine Überraschung aktivieren können. Die ist ziemlich OP, meiner Meinung nach, aber die kann einen auch ganz schnell in irgendwelche doofen Situationen verleiten. Und zwar, so, jetzt muss ich mir erstmal die zwei Kills holen. Ich hatte jetzt gehofft, dass es schneller geht. Äh, gut, ein Kill immerhin. So, da hinten ist jetzt mein zweiter. Zack, so, und jetzt könnt ihr euch das mal ansehen. Ich aktiviere das und jetzt kann ich mega schnell rumwuseln und Leute, einfach so mit dem Schwert abstechen. Guckt euch das an. Ist das nicht mega OP? Ich finde das nice. Das Ganze dauert so und so lange an. Ich weiß jetzt gar nicht, wie lange genau. Aber auf jeden Fall eine recht soziale Zeit genug, dass ich ordentlich Kills machen kann. So, ah, der hat mich jetzt vorher erwischt. Aber auf jeden Fall trifft einen so gut wie niemand, jetzt wo ich es sage. Aber so gut wie niemand, wenn man das aktiviert hat. Ihr seht es. Ich laufe hier einfach durch. Und, ah, jawoll. Das hat jetzt, das hat sich richtig gelohnt. Acht Kills habe ich jetzt, glaube ich, gemacht, während ich das gemacht habe. Und 16 habe ich insgesamt. Mal sehen, wie das Ganze noch endet. Gut, ich habe ja früher schon gestreamt. Als ich noch bei meinen Eltern gewohnt habe, habe ich gestreamt auf meinem alten Kanal. Und das hat mir mega viel Spaß gemacht. Und der Community hat es auch, glaube ich, recht viel Spaß gemacht. Auf jeden Fall waren immer ordentlich viele Leute dabei. Das Problem dabei war, als ich da gestreamt habe, Ja, ich habe ja schon mal ein Video gemacht über meinen 3400 großen Abo-Kanal. Und da hatte ich ja, wer das übrigens nicht gesehen hat, sehr empfehlenswert. Also, kann sich gerne nochmal ansehen. Ich hatte ja schon mal einen Kanal, der war ziemlich groß. Und da habe ich eben drüber geredet, warum ich den jetzt nicht mehr habe. Und eben, das war auch ein Grund, weil ich dann angefangen habe, so Push-Streams zu machen. Und das war einfach dann nicht mehr so cool. Also, das war einfach erstens nicht meine Art. Und zweitens kam das auch relativ doof an. Das war mein Fehler. Ich gebe es auch zu. Ui, ui, ui. Guck mal, der hatte jetzt auch Speed. Das meine ich. Also, man hat kaum eine Chance, irgendwas gegen jemanden zu machen, der auf Speed ist. Also, jetzt nicht die Droge, ne. Drogen sind böse Kinder. Niemals Drogen nehmen. So, da oben hockt der. Gut, ich kriege den jetzt irgendwie auch nicht ganz unter meine Fittiche. Fünf Kills brauche ich noch. Dann habe ich gewonnen. Bei 25 Kills ist der Sieg mein. Und den werde ich mir... Nein! Ah, schade. Habe ich mit dem Bogen zugeschlagen und nicht mit dem Schwert. Sonst hätte ich den erwischt. Ah, doof. Da ist er. Mann! Warum ertreffe ich nicht mit der Axt? Ich muss seine Kills minimieren. Der hat auch schon 17 Kills. Und ich habe in letzter Zeit echt wenig getroffen. Reicht eigentlich, dass mich eine Axt jetzt nochmal ordentlich erwischt? Und dann bin ich, auf Geduld gesagt, am Arsch. Oh. Ah, guck mal. Da war auch schon wieder der... Hm, der eine Doofe. Gut. Aber das Gute ist, noch ein Kill und dann kann ich selber wieder rumwuseln. Und das... Das wird lustig, Leute. So, dann gönne ich mir den da hinten mal. Der scheint ziemlich ab... Ah, der ist zwar abgelenkt, aber... Oh nein. Ah, der hat seine Axt aber. Jawohl. Jawohl. Und jetzt schnell Speed aktivieren. Schnell durchlaufen. Wie viele Kills brauche ich noch? Irgendwie drei oder so. Zwei Kills brauche ich jetzt noch. Okay. Das kriegt man hin, Leute. Das kriegt... Also, wenn du Olaf das nicht hinkriegst, dann kriegt das ja wohl keiner hin. Nein. Der wurde mir abgestorbt. So, Kumpel. Jawohl. Noch einer. Und da ist er. Ja. So läuft das. Gut. Olaf Gaspray won the game. Äh, freut mich. Also, Leute. Ähm, ich verlese jetzt nochmal fix die Abonnenten. Also, dranbleiben. Die neuen Abonnenten sind... Animation Gaming over DCN Dentax, XXSkillerProGamer, MaxMC19 und SymbolPlays. Vielen Dank an eure Abos und wir sehen uns ansonsten beim nächsten Mal, wenn das Video raushaut. Ich glaube, Sonntag kommt das nächste Video. Jaja. Gut. Also dann, haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Euer Olaf.